Mit Anfang, Mitte 20, und ich denke, das geht vielen jungen Trainern so, definierst du dich, glaube ich, einzig und allein über Fachwissen. Also wie agiere ich als Trainer? Wie viel weiß ich? Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, System 1 gegen System 2. Aber auch hier wieder diese Reflexion und das Bewusstsein, dass du ja eigentlich mit Menschen zusammenarbeitest und diese Menschen überzeugen musst, führen musst und auch begleiten musst. Das war gerade bei mir so in den letzten zweieinhalb Jahren definitiv eine Kompetenz, die ich abschließend noch nicht zu Ende gelernt habe, aber wo ich schon definitiv was dazu gewonnen habe und natürlich auch erweitern möchte.